Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir haben gerade 5, oh Gott, 5 Uhr 3 am 20.11. Und wir zocken jetzt eine Runde Call of Duty und weil es normalerweise ja ein normaler Upload wäre, zock ich heute Call of Duty ein bisschen angetrunken. Dazu wollte ich eine Sache sagen und zwar, ich habe ungelogen seit zwei Monaten keinen Alkohol mehr getrunken und heute ist wirklich der erste Abend. Ich bin der letzte Typ, der sich jedes Wochenende abschießt, weil ich es einfach nicht feiere. Aber heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Idee, live angetrunken und COD zu zocken. Sonst habe ich immer nur nachkommentiert, heute gibt es mal eine Live-Runde. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier so läuft. Und dabei wartet auch noch leckeres Essen auf mich, wir sind gerade mit dem Taxi nach Hause gekommen. TDM auf Breach, weil ihr Black Ops 3 neulich echt geliked habt. Und ich weiß, ich kann auch ganz gut reden, weil ich immer so ein Mensch bin. Oh Gott, okay, jetzt wird es aber gerade echt komisch. VMP oder CUDA? Ne, VMP. Okay, ja, weil ich ein Mensch bin, der sich immer so gut verstellen kann. Ich bin so der Typ, der nach Hause kommt zu seiner Mutter und sagt, ja, ich bin noch nüchtern und so, mach dir keine Sorgen. Oh mein Gott, aber ich merke es gerade echt heftig. Wie gesagt, Leute, Alkohol trinken... Oh Gott, ich habe ihn echt geholt. Okay, er hat mich. Alkohol trinken ist jetzt wirklich nicht die beste Sache. Und wie gesagt, ich trinke so selten, wenn ich sehe, was andere meine YouTube-Kollegen machen. Ihr würdet nicht glauben, was da manchmal abgeht, Leute. Ohne Witz, ich hätte da Storys gehört, das ist krank. Ich bin jetzt so der Typ, der so einmal ganz, ganz selten ein, zweimal pro, oh Gott, pro Monat vielleicht oder pro, sogar nur für zwei Monate, der sich mal was zu trinken gönnt. Und es ist kein Gelaber, Leute. Auf jeden Fall heute auch um 19 Uhr auf Marcel's Corp. Vorbei, Alter, Leute, vorbeischauen. Weil ich dort ein Video hochladen werde, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, mit einer richtig guten Message und so. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es heute anschauen würdet. Und, oh Gott, okay, Alter, was geht... Okay, ich habe ihn sogar noch bekommen, heftig. Ey, vielleicht kann ich es sogar versuchen, gut zu spielen, aber da muss ich mich echt... Oh, Leute, ey, es ist krank. Man zockt zwar, was man immer gezockt hat, was man so auswendig kann, aber es fühlt sich trotz... Du dummer Drecks, Tryhard, Armana, Fuck, Forak, Armana, Zickzacki, wie ich jetzt immer sage. Digga, das kann doch nicht sein. Ich höre hier einen Tempest, ich höre... Okay, Leute, wir spielen AR, wir spielen sogar eine Burst-Farfe, Leute. Scheiß mal drauf, wir gehen auf Aim. Gucken, ob ich besoffen sogar besser aime als die 12er-Präzi des Marcel Scorpion. Okay, schauen wir doch mal an. Ich habe heute den ganzen Tag IW gezockt, weil ich versucht habe zu leveln, Leute. Das ist... Oh Gott. Okay, wir lassen das lieber sein. Wir spielen lieber doch V und P. Okay, komm. Wir stehen jetzt 3 zu 6, ist jetzt noch nicht der beste Score. Aber dann glaubt ihr mir wenig, dass ich was gezogen habe. Okay, jetzt anstrengen, anstrengen. Ey, Leute, das fühlt sich so komisch an. Es fühlt sich so... Ihr kommt von hier. Das fühlt sich so komisch an, Leute. Ihr glaubt nicht, wie komisch. Guck mal, ey. Es ist 5 Uhr und Z der Maiskolben, der gibt hier noch 100% um diese Uhrzeit. Das müsst ihr mir mal erklären, Leute. Wie ist sowas überhaupt technisch möglich? Wir haben auch so eine Studentenparty gerade. Und das ist so lustig, weil... Dort haben einfach die Dozenten, also die Lehrer für die Schüler, die Musik aufgelegt. Das ist schon... Wenn jemand wie ich aus dem Dorf kommt, dann ist sowas einfach unvorstellbar. Als sie jetzt die Lehrer bei uns aufgelegt haben, sind die 6 im Zeugnis. Okay, Leute. Okay, Mr. Max. Okay, 6, 8. Ziel ist positiv gehen heute. Ziel ist auf jeden Fall nicht höher als positiv gehen. Wie gesagt, ich war jetzt echt lange nicht mehr feiern. Das ist eigentlich so mega das geile Gefühl. Also ich habe mir heute jetzt nicht die 100%ige Kante gegeben. Aber ich glaube... Oh Gott, wie soll ich das überleben? Er hat einen Shotgun. Er hat einen Shotgun. Okay, egal. Aber er kriegt mich natürlich trotzdem auch auf die 200 Meter Distanz. Ich glaube, man sollte echt so... Wenn man mal feiern geht, sollte man nicht übertreiben. Das heißt, man sollte so... Vielleicht so... Man sollte auf jeden Fall lange chillen. Weil sonst macht man sich das kaputt. Weil wenn man zu oft geht, dann macht man sich das automatisch kaputt. Alle Sachen im Leben sind nämlich so in meinen Augen. Ich gebe mir so einen Flammenwerfer. Komm, du brennst. Jawohl. Den Specialist habe ich auch noch nie gespielt in meinem ganzen Leben. Alter, wie ernst macht der denn da hinten, Alter? Aber du stirbst, jawohl. Let's go. VMP ist vielleicht auch nicht das richtige. Manuarment Großkaliber. Das sieht doch gut aus. Digga, was sind denn das für Abfucker? Mein Gott, ich bin jetzt hier besoffen und muss gegen einen Typen mit der Brettschi spielen. Ist das euer Ernst? Der ist wieder der Tempest-Guy. Okay, den haben wir. Komm. Oh mein Gott, get raped. Digga, unser Team jetzt hat gerade so einen Feed gemacht. Komm, lass ich mal einen Long-Range-Gunfight gewinnen. Den haben wir. Den haben wir. Der ist so weg. Oh mein Gott, Leute, es läuft. Ich habe sogar den Typen mit Sturm geholt. Ich hatte sogar eine 5er Gunstreak. Komm. Mein Aim ist sogar okay. Was liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach übel am Suchten bin im Moment. Also sonst kann ich mir das nicht erklären. Okay, da hinten kommt einer über die Alley. Vielleicht kann ich, wenn ich schnell bin, hier... Ey, Leute, ich spiele gar nicht so scheiße gerade. Komm raus. Ey, es ist aber so surreal zu spielen, weil es sich so anders anfühlt. Es ist so, als würde ich einen Film gucken. Ja, ich habe ihn sogar noch. Ey, Leute, ich gehe hier positiv. Ich gehe hier wirklich positiv. Die Gegner, Chai, hatten aber hier aufs Übelste. Der Typ auf einem Schwert rum. Nein. Oh mein Gott, Leute. Was... Ich habe hier fast einen Quad-Feed geholt. Wie krank. Wie krank. Okay. Wie gesagt, Leute, kein Vorbild nehmen. Ich trinke wirklich selten. Ich bin keiner von den YouTube-Suffboys. Es gibt wirklich Leute, die kranke Sachen machen. Jedes Wochenende siebenmal feiern gehen. Auch wenn die Wochenenden nur zwei Tage haben. Das muss man erst mal schaffen. Okay, der hat mich absolut gerapet. Habe ich noch irgendeine coole Klasse hier? Und die coole noch. Dann haben wir jetzt ein paar Sachen durch. TDM zu gewinnen wird wohl nicht möglich sein. Obwohl ich hier wirklich... Wahrscheinlich besser spiele als manche von den Gegnern in ihren besten Phasen nüchtern. Alter, guckt euch das an meine Teammates, Digga. Werden die denn bitte gerapet? Dagegen bin ich ja der beste Spieler der Welt gerade. Okay, ich glaube, gleich ist es vorbei. Komm schon. Einen Kill noch. Gib mir einen Kill. Ich kann es dir einen Turn an. Perfekt, das Ende. Ich würde sagen, das war es für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ihr könnt mir in den letzten Videos gerne abchecken, wenn ihr die hier irgendwo seht. Unten im Bild. Oder mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Gucken wir uns den Turn nochmal an. Okay, war kein richtiger Turn. Dann kann man nicht sagen. Ich werde trotzdem auch um 5 Uhr morgens noch so gebullshitet. Alles klar. Haut rein. Und ciao.